Warum wird es denn zu einem Blackout kommen? Denn das ist ja die Meinung der österreichischen Verteidigungsministerin. Die hat gesagt, es ist nicht die Frage, ob es zu einem Blackout kommt, sondern wann es zu einem Blackout kommt. Aber wie kommt die denn darauf? Welche Gefahren bestehen denn tatsächlich für unser Stromnetz, die wirklich zu Brownouts oder Blackouts führen könnten? Und das zeige ich euch in dem Video. Wichtig dazu ist, dass ihr den ersten Teil gesehen habt, den gebe ich euch hier oben, damit ihr auch versteht, von was ich spreche, warum die Herzen so wichtig sind, etc. Also, welche Gefahren drohen uns im Stromnetz und wann wird es zu einem Blackout kommen? Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Eine der Hauptgefahren, die uns im Stromnetz tatsächlich drohen, ist die Energiewende. Also nicht die Energiewende an sich, aber die Umsetzung der Energiewende. Wir haben halt zu viel Strom im Netz, wir haben halt zu wenig Strom im Netz. Und beides kann, haben wir ja im Teil 1 gesehen, zu Stromausfällen, zu unzulässigen Betriebszuständen führen und damit zu einem Blackout. Also schauen wir uns mal die erste Gefahr an, zu wenig Strom am Netz. Wir hatten also jetzt im Dezember ganz klassische Dunkelflaute. Das sieht man also hier wunderbar. Das Blaue ist Wind und das Gelbe ist Solar. Da war fast nichts mehr da. Zum Beispiel am 16.12. um 16 Uhr haben wir aus Wind und Solar nur 2,1 Gigawatt gehabt. Nur zur Information, wir haben 130 Gigawatt an Wind und Solar quasi installiert. Das heißt, wir reden hier von knapp 1,6 Prozent von dem, was die eigentlich leisten könnten, haben die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich geleistet. Das ist eben die klassische Dunkelflaute. Das heißt, in dem Moment müssen wir natürlich mit den anderen Kraftwerken das wieder auffangen. Das heißt, dafür brauchen wir Atomkraftwerke, dafür brauchen wir Gaskraftwerke, dafür brauchen wir Kohlekraftwerke. Atom ist zu diesem Beispiel ja noch mit knapp 3,7 Gigawatt mit drinnen. Die fallen ja im April weg. Die Frage ist, wer ersetzt die dann, wenn das nächste Mal so eine Dunkelflaute kommt? Wie gesagt, wir mussten das dann mit anderen Kraftwerken auffangen. Und hier haben wir zum Beispiel Kohlekraftwerke am 8. Dezember um 12 Uhr 15,2 Gigawatt und 15,8 Gigawatt Stein- und Braunkohle. Also miteinander 31 Gigawatt. Nur zur Information, laut dem ursprünglichen Abschaltplan hätten wir eigentlich insgesamt nur noch 27 Gigawatt. Und da sind ja nicht einmal noch alle verfügbar. Das heißt, Gott sei Dank wurde das jetzt verschoben, sonst hätten wir jetzt bereits ein Problem gehabt, weil die wären so zum 1. Oktober die meisten runtergefahren worden. Wer dann diese vier zusätzlichen Gigawatt dann aufgefangen hätte, noch einmal dazu, gute Frage. Bis 2025 bauen wir aber noch einmal ungefähr 6,4 Gigawatt ab zum heutigen Zeitpunkt. Und ja, das ist da natürlich eine ganze Menge Nummer dazu. Das heißt, die 6,4 Gigawatt, die 4 Gigawatt aus der Atomkraftwerke sind über 10 Gigawatt. Werde ich dann ersetzt? Das ist schon mal die erste Frage. Natürlich werden das in erster Linie Gaskraftwerke sein. Und man sieht also hier sogar im Dezember dieses Beispiel, da haben wir 19 Gigawatt an Gasleistung verbraucht. In den letzten Winter waren es maximal 13 Gigawatt. Und da haben wir 19 Gigawatt verbraucht. Und jetzt wollen wir aber nochmal 10 Gigawatt zusätzlich abschalten. Es käme tatsächlich eine Weise zu Abschaltungen, sogenannten Brownouts. Wenn einfach zu wenig Strom zur Verfügung ist, das hatten wir ja vor zwei Jahren in Texas. Der Blackout in Texas, da waren 40% aller Energieerzeuger nicht am Netz. Let's fucking... No! No! Fuck! Und deswegen wurden vielen Leuten für mehrere Tage der Strom abgeschaltet. Das würde auch bei uns passieren. Man würde dann allerdings das relativ kontrolliert machen und versuchen, dass man sagt, okay, heute ist der Landstrich dann, morgen der oder nach wenigen Stunden wird gewechselt. So ist eigentlich der Plan. Das Problem ist, dass bei jedem Wiederanfahren und Abschalten es natürlich auch durch irgendeinen Fehler zum Kaskadeneffekt kommen kann. Denn es gibt da natürlich eine Stromgier. Wenn nach mehreren Stunden das Stromnetz wieder angeschaltet wird, dann laufen alle Kühlschränke, Kühlungen, andere Maschinen laufen gleichzeitig wieder los. Und dadurch kommt es zu einer sogenannten Stromgier. Das heißt, es wird bis zum Vierfachen des Normalstromverbrauchs. Und da glühen natürlich die Leitungen. Und dann könnte es passieren, dass die Sicherung wieder fliegt. Und wenn das mehrfach passiert, könnte es sogar dadurch zu einem Blackout kommen. Das ist übrigens gerade in Pakistan passiert. Die haben über Nacht abgeschaltet, um Strom zu sparen. Am nächsten Morgen wollten sie wieder hochfahren. Und jetzt ist das ganze Land ohne Strom. Also die Gefahr 1 im Netz ist definitiv zu wenig Strom. Und da steuern wir halt leider exakt darauf zu. Übrigens kann das Ganze auch passieren, wenn man uns die Kohle zum Beispiel ausgeht. Auch das ist ein Problem. Oder das Gas. All das führt zu zu wenig Strom im Netz. Die Gefahr 2 ist genau das Gegenteil. Und zwar zu viel Strom im Netz. Das ist teilweise noch fast gefährlicher als zu wenig Strom im Netz. Wir haben zum Beispiel, ihr seht es hier seit Weihnachten, das Blaue hier, das Wind. Diese zwei Blauen haben hier Wind ohne Ende. Hier teilweise bis zu 50 Gigawattstunden. Also extrem. Zum Beispiel am 14. Januar um 19 Uhr hat man einmal 44,8 Gigawattstunden aus Wind onshore und 5,5 aus offshore. Das sind über 50 Gigawatt. Das ist also extrem. Vorher waren es 2,1 Gigawatt. Jetzt sind es über 50 Gigawatt. Und das musst du erst einmal verarbeiten. Vor allem, ihr seht es, der gesamte Energieverbrauch war nur 60 Gigawatt oder 60.000 Megawattstunden. Das heißt, das ist natürlich dann ein großer Anteil. Vor allem, du kannst ja nicht die anderen Kraftwerke wie Kohle, Atom einfach so abschalten und dann wieder anschalten. Sondern das dauert 24 Stunden, bis ein Kohlekraftwerk abgefahren ist. Und wieder 24 Stunden, bis es hochfährt. Das heißt, hier haben wir natürlich viel zu viel Strom produziert. Hier haben wir zum Beispiel ein schönes Beispiel. Am 11. Januar um 3 Uhr morgens haben wir insgesamt 7,2 Gigawatt oder 7200 Megawattstunden exportiert und haben dafür die unglaubliche Summe von einem Cent bekommen. Das heißt, die hat uns zwar 67 Euro gekostet, diese Megawattstunde, allein die Produktion aus den Windanlagen, die wir zu viel haben, und dann haben wir die ins Ausland quasi verschenkt. Sprich, diese eine Stunde hat uns 484.000 Euro extra gekostet, auf die normale Rechnung drum, weil wir viel zu viel Strom im Netz haben. Und das Problem ist, wenn wir so viel Strom im Netz haben, dass dann die Leitungen glühen. Wir haben vor kurzem erst das Problem gehabt, dass wir in Baden-Württemberg im Süden Deutschlands viel zu wenig Strom hatten. Also am 15. Januar hatten wir viel zu wenig Strom im Süden, aber viel zu viel Strom im Norden. Also hier ist dieser Zeitpunkt, ihr seht es, wir haben in ganz Deutschland eigentlich nur 59.800 Megawattstunden verbraucht, haben aber über 70.000 produziert und trotzdem war es in Baden-Württemberg zu wenig. Das muss man sich mal geben. Warum? Weil einfach diese Leitungen von Norden in den Süden zu wenige sind, die können nur gewisse Kapazität übertragen und die war einfach zu hoch und deswegen kam im Süden zu wenig Strom an und die mussten dann Maßnahmen ergreifen. Das ist tatsächlich eine große Gefahr. Am 08.01.2021 kam es übrigens genau deswegen zu einem Fast-Blackout in Europa. Warum? Es floss zu viel Strom aus dem Süden in den Norden. Damals war es so, dass Frankreich über 88 Gigawatt Stromverbrauch hatte, ein absolut so viel wie ganz, ganz selten. Deutschland hat in den letzten Monaten nur maximal 72 Gigawatt an Last. Das bedeutet natürlich, die haben Strom gebraucht. Der kam aus dem Süden relativ günstig, nur die Leitungen sind dafür nicht ausgelegt und irgendwann war es einer Leitung zu viel und dort flog dann die Sicherung. Gestern ist Europa wieder einmal knapp an einem Blackout vorbeigeschrammt. So EVN-Sprecher Stefan Zach im Gespräch mit NOEORF.at Einige Großkunden haben sich gemeldet, weil sensible Maschinen die Frequenzabsenkung bereits gespürt haben. Wenn die Schwankungen zu hoch sind, schalten sich diese Maschinen aus Selbstschutz aus. Das könnte Zach zufolge auch bei Kraftwerken passieren und dann wird es natürlich kritisch. Frankreich und Italien haben zu diesem Zeitpunkt damals der Industrie den Stecker gezogen und viele, viele Gigawatt eingespart und nur so konnte dann letztendlich ein Blackout verhindert werden. Aber das Problem war natürlich, dass es trotzdem zu wenig Strom im Netz gab und über zwei Millionen Menschen, vor allem in Bulgarien, dann ohne Strom waren. Also die nächste Gefahr ist einfach zu viel Strom und unser Netz ist dafür nicht gebaut. Unser Netz ist teilweise 60, 70 Jahre alt, das ist an seiner Überlastungsgrenze bereits lange angekommen und müsste jetzt eigentlich umgebaut werden. Es war nie für 2,2 Millionen Kraftwerke ausgelegt, sondern für 1.000 Großkraftwerke. Tja, und da brauchen wir jetzt zuerst einmal einen Umbau. Gefahr 3 sind Hackerangriffe und die werden leider in letzter Zeit immer heftiger aufgrund der indirekten Kriegsteilnahme an Deutschland. Wir liefern jetzt nicht nur Schützenpanzer, wir liefern jetzt Angriffspanzer, den Leopard 2 und damit werden wir natürlich immer mehr in einen Krieg reingezogen und werden damit indirekte Kriegspartei, oder sind es eigentlich schon. Dazu die österreichische Verteidigungsministerin, die ja gesagt hat, die Frage ist nicht, ob ein Blackout kommt, sondern wann er kommt. Claudia Tonner, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blackout in Teilen der Europäischen Union in naher Zukunft eintritt, ist sehr groß. Die Frage ist nicht, ob er kommt, sondern wann er kommt. Das Risiko für einen flächendeckenden Stromausfall hat sich durch den Ukraine-Krieg noch einmal deutlich erhöht. Für Putin sind Hackerangriffe auf die westliche Stromversorgung ein Mittel der hybriden Kriegsführung. Wir sollten nicht so tun, als ob das nur Theorie wäre. Wir müssen uns in Österreich und in Europa auf Blackouts vorbereiten. Krasse Aussage. Leider muss ich hier zustimmen. Das ist ein Beispiel aus meiner Leerzeit, was ich so alles ausgeschaltet habe. Warum zeige ich euch das ganz einfach? Hacker nutzen oft eine Idee, wie zum Beispiel hier den Fernsehturm in Schneize, den ich mal abgeschaltet habe. Ich habe nicht den Fernsehturm ausgeschaltet oder irgendwas, sondern in einem ungesicherten Nebengebäude ist dort eine Lüftungsanlage, weil das Ding eine Kühlung hat. Diese Lüftungsanlage hat einen Filter drin, den muss man mal ab und zu rausnehmen und wieder einen neuen Filter reinstecken, wie bei einem Dunstagszug quasi in der Küche genauso. Das habe ich natürlich gemacht. Dazu schaltet man in der Regel die Maschine aus. Ich wusste nicht, dass man es beim Fernsehturm nicht macht, weil der sich sofort ausschaltet, ohne Lüftung, keine Kühlung. Ohne Kühlung würde alles zu heiß werden und das ganze System schaltet sich ab. Das heißt, obwohl ich nur ein kleines Nebensystem in einem ungesicherten Gebäude angegriffen habe, hat sich das ganze System abgeschaltet. Und das ist auch so eine Sache, die sich Hacker quasi oft gerne zu Nutzen machen. Diese Schlagzeile passt da ganz gut dazu von den Blackout-News. Ausländische Geheimdienste spionieren deutsche Energienetze aus. Klar, das heißt, Putin wüsste, wie es gehen würde. Wenn er das darauf anlegen würde, könnte er uns wahrscheinlich unser Stromnetz vermutlicherweise abschalten. Ich war auf einem Lehrgang beim BBK, beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da ging es unter anderem um das Thema Hacker und wie gefährlich das sind. Da war es ein absoluter Experte des BSI, des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und der hat nach dem Vortrag, der jeden von uns kasweiß werden ließ, muss ich ehrlich sagen, einen Satz gesagt. Es ist nicht die Frage, ob es zu einem Blackout durch einen Hackerangriff kommt. Es ist die Frage, wann. Die nächste Gefahr ist eine Gefahr, die ich früher in Deutschland nie vermutet hätte, Terrorismus. Leider wird dieser immer mehr. Es gab zum Beispiel diesen Terroranschlag der Antifa in München 2021. 20.000 Haushalte ohne Strom. Habe ich mal ein Video dazu gemacht. Die Firma Rode und Schwarze, die Messtechnik für Autos, für Krankenhäuser herstellt, aber eben auch fürs Militär, die sollte damit angegriffen werden. Kriegsproduzent in den Arsch getreten, haben die dann auch auf indimedia.org, ihrer Internetseite, gepostet. Es gab noch mehr, ihr könnt euch noch an den Dresden-Silberballon erinnern. Dann gab es auch zum Beispiel Klimakleber, die sich auf Gleise festgekettet haben und dadurch fast ein Kohlekraftwerk zum Absturz gebracht haben. Durch die damalige Gleisblockade konnte nicht wie üblich im 20-Minuten-Tag Braunkohle zum Kraftwerk Neurad gefahren werden. Als die 6.000 Tonnen Kohle im Bunker knapp wurden, fuhren drei Blöcke im Kraftwerk nur noch auf Schwachlast. Block D, 600 Megawatt-Klasse, wurde am Abend ganz abgeschaltet. Also 0,6 Gigawatt wurden ganz abgeschaltet. Der Schaden war enorm, 1,5 Millionen. Und das soll jetzt eine Klimaaktivistin zahlen. Vollkommen zu Recht natürlich. Wenn die das jetzt an mehrere Stellen gleichzeitig machen, dann ja. Auch hier war er auch andersmal beim BBK auf einer Schulung. Und da war ein Terrorismus-Experte, der hat uns das noch viel, viel genauer erklärt. Und er hat zum Schluss den Satz gesagt, es ist nicht die Frage, ob es zu einem Blackout durch Terrorismus kommt. Es ist die Frage, wann. Nächste Gefahr haben natürlich Naturkatastrophen, Stürme etc. Auch die dürfen wir nicht unterschätzen. Beispiel 2005 im Münsterland waren ja insgesamt 500.000 Personen ohne Strom, 250.000 bei uns in Deutschland, 250.000 im Ausland. Und das teilweise manche für bis zu 10 Tage. Was ist passiert? Ein Strommast, dem war zu viel Schnee drum, der hat gesagt, okay, ich mache nicht mehr mit und hat sich umgelegt. Und einige Kilometer weiter hat das ein anderer Strommast genauso gemacht. Und dann haben die 78 Strommasten in der Mitte gesagt, coole Idee, da machen wir mit. Und so sind 80 Strommasten einfach umgeknickt wegen eines Materialfellers. Würde sowas jetzt bei Hochspannungsleitungen passieren, dann könnte das tatsächlich zu einem Blackout führen, vor allem wenn es mehrere gleichzeitig betrifft beim großen Sturm. Haben wir ja 2006 gesehen, da kommen wir gleich noch dazu. Da ist nur eine Leitung ausgefallen und es kam fast zum Blackout. Gefahr 6 ist einfach der Mensch. Mensch, mehr arbeiten, wer arbeitet, macht Fehler. Also menschliches Versagen kann einfach mal passieren. Hatten wir tatsächlich mal im großen Stil im Jahr 2006. Es kam zu einem beinahe Blackout durch ein Kreuzfahrtschiff. Da gibt es auch schon ein Video dazu. Was war passiert? Die Mauerwerft wollte ein Schiff überführen. Bei dem Schiff ist es quasi so, dass oben die Leitungen drüber gehen und natürlich die Kamine relativ nah an die Leitungen, an die Höchspannungsleitungen kommen. Und wenn es dort natürlich zu einem Funkenüberschlag kommt und 380.000 Volt auf das Schiff gehen, ja, relativ unangenehm für die Passagierin, für die Technik an Bord. Das heißt, man hat gesagt, man überführt um 1 Uhr morgens. Und einen Tag oder zwei Tage vorher kam die Mauerwerft auf die coole Idee, wir könnten doch eigentlich statt um 1 Uhr morgens um 10 Uhr abends, also um 22 Uhr schon starten. Dann wäre mehr Leit, weil das ist ja immer ein Event. Da schauen viele zu. Und haben das mit EON besprochen und EON hat gesagt, okay, coole Sache, machen wir. Leider hat EON vergessen, das TNT und RWE mitzuteilen, die ja ihre ganzen Sicherungsmaßnahmen auf 1 Uhr morgens ausgelegt hatten. Und so kam es dann, wie es kommen musste. Die Leitungen waren zu dem Zeitpunkt eh schon fast überlastet. Und dann hat man den natürlich abgeschaltet. Und innerhalb weniger Sekunden kam es dann zu einem beinahe Blackout in Europa. Also um 22.10 Uhr und 13 Sekunden ist in Wernendorf-Landesbergen die Sicherung geflogen. Und ihr seht es, innerhalb von 14 Sekunden gab es einen ganzen Riss durch Europa. Das Stromnetz hat sich in drei Stromteile aufgeteilt. Einmal den Osten, wo ich jetzt sitze, wir hatten zu wenig Strom. Einmal den Norden, die hatten zu viel Strom. Also 14 Sekunden war die Vorwandzeit eines Blackouts. Wer es da noch schafft einzukaufen, Respekt. Also es gibt keine Vorwandzeit für einen Blackout. Ihr seht es hier in dieser Liste, hier im Norden oben war ja viel zu viel Strom. Da war noch nicht so viel Windstrom wie heute. Heute wird es vielleicht noch schlimmer ausschauen. Aber wir sind auf die Frequenz von 51,4 Hertz gekommen. Ihr wisst, unsere letzte Verteidigungslinie ist bei 51,5 Hertz. Und bei 52 Hertz Blackout. Also hier waren wir extrem nahe dran. Im Osten haben wir dann natürlich zu wenig Strom gehabt. Logischerweise kam er aus dem Norden runter. Und bei uns ging quasi die Frequenz auf 49 Hertz runter. Und ihr wisst ja, bei 49 Hertz ist bereits Stufe 2 Lastabwurf 10 bis 15 Prozent. Das heißt, in ganz Europa waren 15 Millionen Menschen ohne Strom. Und zwar vom Emsland Oden bis nach Spanien. Denn wir haben ein Stromnetz in Europa. Das war also die letzte Stufe vom Blackout. Das ist eine Netzabtrennung, damit quasi dann vielleicht nur im Norden der Stromausfall, aber zumindest der Osten noch Strom hat. Und genau das ist hier passiert. Gefahr 7 ist zum Beispiel ein Sonnensturm. Hier gibt es einen sogenannten EMP. Das heißt, in die Leitungen würde strommediziert werden. Hier ist der Vorteil, dass wir relativ ein bis zwei Tage vorher wissen, dass sowas auf uns zukommen könnte. Was immer mal wieder passiert. Meistens nur im kleinen Rahmen. Und dann schaltet man halt in diesem großflächigen Gebiet. Einfach trennt man alle Stromnetze. Denn desto länger Leitung ist, desto mehr Strom wird induziert. Also kürzt du an jeder möglichen Stelle, kürzt du das, um möglichst wenig Strom zu induzieren, damit möglichst wenig kaputt geht. Aber natürlich klar, in diesem Gebiet haben wir dann erstmal einen Blackout, weil da ist für ein, zwei Tage, solange der Sonnensturm dauert, die Technik runtergefahren. Und dann gibt es erst wieder einen Start, Schwarzstart, der natürlich auch noch mehrere Tage dauern kann. Das heißt, hier hätten wir tatsächlich einen Blackout. Genau. Es gibt aber auch noch den NEMP, den Nuklearen. Der kann erzeugt werden durch eine Nuklearbombe, die in der Atmosphäre explodiert. Wenn dem aber so ist, dann ist einfach Game Over. Es ist Renni, Wablü, es geht gar nichts mehr. Also absolut nichts mehr von dem, was wir haben, funktioniert. Bei Lieberler ist Elektronik drin und die wird gegrillt. Das heißt, hier wären wir für viele, viele Jahre wieder zurück im Mittelalter. Es wird kein Auto mehr funktionieren, kein gar nichts mehr. Nur so zur Info, Putin hätte diese Möglichkeit. GV8 wäre zum Beispiel auch ein Angriff auf die Stromnetze direkt. Zum Beispiel, wie man es im Serbienkrieg gemacht hat, da haben wir Grafitbomben auf die Transformatoren geworfen. Dadurch kommt es dort zu Kurzschlüssen und dadurch gehen die einfach vom Netz. Die Sicherung fliegt. Damit haben die für mehrere Wochen in der Regel ausgeschaltet. Wir sehen es auch gerade im Ukraine-Krieg. Dort werden mit Rakuten einfach die Infrastruktur angegriffen, die Stromnetze angegriffen. Und deswegen hat ganz viele Ortschaften in der Ukraine seit vielen, vielen Wochen immer nur teilweise Strom am Tag, weil der Reststrom verteilt werden muss, der noch da ist. Das kann alles passieren. Gut, das waren jetzt nur einmal acht Gefahren, die uns im Stromnetz drohen. Es sind eigentlich sogar noch mehr. Aber das waren jetzt mal die wichtigsten. Insofern, ja, ein Blackout ist möglich. Definitiv, gar keine Frage. Ob er kommt, ist eine andere Sache. Aber möglich ist er definitiv. In jeder dieser acht Gefahren könnte einen Blackout auslösen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Autokimga. Servus!